Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von One Piece Unlimited World Retto. Wir befinden uns gerade in einer Paktos-Szene. Er hat uns überrumpelt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Übrigens, Abenteuer und Gefahr gehen Hand in Hand. Darauf müsst ihr vorbereitet sein. Eigene Wörter. Nutze eigene Wörter, um die Fähigkeiten deiner Charakter über die normalen Werte hinaus zu verbessern. Mit dem Pausenmenü eigenes Wort ausrüsten aus, um es auszurüsten. Du kannst eigene Wörter nur in der Stadt austauschen. Bereite dich daher gut auf dein Abenteuer vor. Eigenes Wort ausrüsten. Ah, okay. So. Schlagresistenz rauf 3, Blitzresistenz rauf 5, okay. Mal gucken. Okay. Der Sieg ist unser. Angriff rauf 6%. Aha. Bei Zorro haben wir. Ich kann noch stärker werden. Angriff rauf. Okay. Was? Hä? Angriff rauf 6%. Okay. So. Er hat jetzt das angelegt. Alles klar. Ich nehme erst mit jedem auf. Maximal TP rauf 7%. Okay. Aha. Ah, okay. Gut. Ich werde mich da schon irgendwie dran gewöhnen, hoffe ich doch mal. Okay. Alles klar. Super. Hallo. Der Wind trägt Sand oder so mit sich. Das erinnert mich an meine Zeit in der Wüste. Was für eine schreckliche Erfahrung. Bei der Hitze fiel mir sogar das Aufstehen schwer. Gehen war noch schlimmer. Alles war da draußen so... So unerträglich hart. Ich konnte nur überleben, weil ich diesen Wüstenbrunnen gefunden habe. Oder eine Fahrt aber gar nicht. Weiß nicht mehr, was es war. Wähle ein Gebiet zur Erkundung aus. Alles klar. Wir können also immerhin... Hier hin. Okay. Wir müssen immer hier hin, wenn wir weiter wollen. Bearbeite dein Team. Hä? Verwende Team bearbeiten, um bis zu drei Charaktere auszuwählen, die an Kämpfen teilnehmen. Ah. Du kannst die Charaktere deines Teams nicht ändern, bis du zur Stadt zurückkehrst. Also wähle Weise. Und natürlich Raffi. Ihn. Und ihn. Mit diesem Team gehen? Natürlich. Nur bis zu drei? Schade. Da werde ich ja bei Sanji immer Nami und Robin mitnehmen. Episode 2. Revanche im heißen Sand. Ich wollte gerade sagen, okay, wann geht es weiter von selber? Aber es geht weiter. Okay. Ja, zwei Jahre. Mist, ich habe ihn weggedrückt. Ah! Dich zersäbeln. Ah, ja. Dieses miese kleine Krokodil. Ich kann auch den Anführer wechseln, ne? Ah, ja, genau. Mit Zorro? Nein. Nein, nein, nein. Wir laufen so. Warte mal. Wir sind hier unten. Okay. Links rum. Okay. Da können wir angeln. Ich habe keinen Plan. Verbinden. S2. Ah, wir können zu zweit spielen. Das ist ja cool. Geil. Da muss ich mal Fliegi fragen, ob er Bock hat. Das ist ja cool. Man kann zu zweit zocken. Wie geil ist das denn? Kaktus kann man auch kaputt hauen. Das ist nämlich alles ein bisschen... ein klitzekleines bisschen... Aua! An Cruise 1 und 2, aber auch wirklich nur ein bisschen. Außer die Tatsache, dass ich nicht rennen kann, was ich ein bisschen doof finde. Holzblock. Holzblock. Holzkopf. Jack, die Pistolen. Der andere Kaktus hatte keine Chance. Jau, alter. Hu, hu, hu. Alter, warte mal. Au, ah. Ahem. Was ich sagen wollte ist... Ähm. Option. Äh. 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 Lautstärke. Warum hatte ich die... Nein! Ähm. Ich habe das doch alles erstmal runtergeschraubt. So, warte. Ja, so sollte es gut sein. Warum ist die Lautstärke wieder zurück? Oder habe ich das nicht gesperrt? Ich habe... Ach, was weiß ich. Ich weiß, das ist doch noch ein Arsch. Halte. Gedrückt, um Gegner und andere Kreaturen anzuvisieren. Ah. Verwende. Um das anvisierte Ziel zu wechseln. Drücke, um die Ziererfassung abzubrechen. Die Ziererfassung ist toll, wenn du dich auf jemanden konzentrieren und ihn nicht entkommen lassen möchtest. Ah, okay. Mit dem... Kreis mache ich das. Kreatur gefangen. Bring die Energie auf... Was? Wenn du etwas mit deinem Netz fängst, beginnt das, will ich mir Käfer fangen? Okay. Hey. In der Mitte des Bildschirms erscheinen Tastensymbole. Drücke die richtigen Tasten zur richtigen Zeit. Mach es richtig, dann verliert dein Fang Energie. Ist diese vor Ablauf der Zeit auf 0, hast du gewonnen. Keine Sorge, wenn es schief geht. Es gibt eine Menge Kreaturen. Setze die Jagd einfach anderswo fort. Ach du Heiliger. Im Kooperativ-Modus kannst du anderen Spielern assistieren, sodass es einfacher ist. Etwas fun. Drücke auf den zweiten Wireless-Controller und gib dein Bestes, um ihnen zu assistieren. Was? Er entkommt. Schattes. Shan. Hä? Okay. Entkommen. Verbessere dein Netz, um leichter Sachen zu fahren. Huch. Weg damit. Her damit. Okay. Er entkommt. Nein. Er darf nicht entkommen. Und? Ja. Supi. Schaukelechse. Die sieht richtig cool aus. sehr schönen Design. Eine Echse, die mit einem Felsen auf dem Rücken herumschleicht. Zoro. Zoro. Wo ist das? Wo ist das? Zoro. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Hier. Der Spaß beginnt. Okay. Sehr cool. Interessant. Jetzt wurde das Fang also verschlimmert. Okay. Hoch. Wechsle den von dir gestalteten Charakter. Zoro. Drücke. Oder wähle im Pausenmenü Aus-Anführer-Wechsel aus, um den von dir gestalteten Charakter zu ändern. Nutze die Fähigkeiten aller Strophe Piraten, um in deinem Abenteuer weiterzukommen. Zorros Fähigkeiten. Zoro ist ein guter Kämpfer. Er kann Dinge wie Bambus, die gegen Angriffe, Stumpfer, Waffen, Immunsinn kappen. Uh. Halte. Und drücke. Wenn wenigstens ein SP-Balken voll ist, um den Agro-Modus zu starten. Hahaha. Yeah. Wie geil. Der Agro-Modus. Wuaah. Im Agro-Modus sind deine Angriffe stärker und erfolgen schneller, bis die SP-Anzeige erschöpft ist. Alles klar. Ok, damit mach ich nur den einen Angriff. Ok. 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 Uh, geil. Okay, warte mal. Tatsumagi! Alter, sehr geil. Uhu. Gefällt mir sehr. Schisspulver. Oh. Bäh, jetzt weg ist er. Ganz ruhig, Zorro. He, he. Lassen wir noch was über, oder? Sehr cool. Aber dieser Krach, alter Finne. Huch. Warte mal, ich muss mal... Option? Lautstärke? Ähm. Hier baue ich doch mal noch ein bisschen runter. Das sollte jetzt aber eigentlich reichen. Meine Güte. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Scheiße. Wie Zorro. Ich glaube, jetzt werde ich erst mal ein bisschen mit Zorro rumrennen. Wenn nicht, ich weiß, wo ich hin muss. Ah, jetzt gucken wir in die richtige Richtung. Sehr schön. Okay, wir sind von links gekommen. Jetzt müssen wir da lang. Und das langsam. Jetzt übertreibst du mich, Raffi. Ich werde jetzt nicht alles hier kaputt hauen, um alles wirklich hier zu sammeln. Ich werde jetzt einfach hin und wieder mal was kaputt machen. In der Hoffnung, was zu kriegen. Aber... Ah, ne Korusnuss. Aber alles wäre übertrieben. Wo fühlst du mich hin? Okay, so geht es auch nicht schneller. Kaktus, Frucht, Fleisch. Da machen wir mal noch Franky. Frankys Fähigkeiten. Franky verfügt über unglaubliche Feuerkraft, mit der er Gegner, ohne ins Schwitzen zu kommen, wegbläst. Da steht Blast. Drücke, um aus der Killerstellung einen Franky Feuerball abzufeuern, seit deinem Gegner, wie der Mad. Franky kann mit seinen Schiffsbaufähigkeiten eine Kanone fertigen, auf die andere aufspringen können. Sobald jemand die Kanone bemannt, kann sie bis zu 10 Schüsse abfeuern. Halte, gedrückt, um eine neue zu bauen. Äh, um eine zu bauen. Alter, cool. Leute, ich will auch mal was treffen. Mach mal hier Fernangriff. Okay. Au! Würde mich einfach nichts machen lassen. Süßen Klauer. Das ist ein Brunnen, ein Brunnen, ein Brunnen, ein Brunnen. SP füllen. Das ist ja cool. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Das ist ja richtig geil. Cool. Das finde ich cool gemacht. Also, sehr nice. Sehr nice. Wir laufen erstmal ein bisschen alle Zorro weiter. Wir wollen ja mal... Die Kung Fu robben! Der Angriff, den er am Mode platt gemacht hat. Sehr geil. Das ging jetzt aber... Ich glaube, wenn der Anführer stirbt, sind die anderen auch alle weg. Das war jetzt sehr, sehr kurz. Los, nicht ins Wasser fallen. Rafi kann nicht schwimmen. Zorro würde wahrscheinlich einpennen, weil ihm langweilig ist. Beim Schwimmen. Ich hoffe, wir können Freunde sein. Wir werden tolle Freunde. Komisches Wort. Ich weiß es nicht. Bats! Ah, er ist schon tot. Wir klauen ihn alle Kokoslüsse. Bats! Wie sie einfach keine Chance haben. Es tut mir leid, Kung Fu-Raum. Ihr seid toll. Oh, Nigiri! Wo, 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 wo? Okay. Wo in den Po? Wo sind wir hier? Jetzt können wir rechts natürlich gar nichts erreichen, außer... Eine Echse? Eine Echse! Die ganz schnell abhaut. Sehr schön! Ah, okay. Hier, er, ich drücke. Ah, so schnell. Ah! Ah! Alter, ich komme auf die Play-Z-Controller-Kacke nicht klar. Das fehlt nichts. Ja, ja, ich verbessere mein Netz irgendwann mal. Ich kann nicht so ganz schnell in die Tasten hauen auf... ...befehl. Das ist nicht mein Stil. Alter, willst du mich veräppeln? Ah! Ah! Er entkommt! Nein! Yes! 40! Reicht bestimmt nicht. Es reicht! Cool! Fang! Hab ich doch schon gesehen. Weg damit! Das ist echt nicht leicht. Also, Hammer! Muss ich dir immer sagen, ist wirklich nicht leicht. So wie die Kameraführung auch nicht immer wirklich leicht ist. So, bevor wir jetzt aber weiter die Wüste erforschen... Schnauze, warum das war... ...werden wir jetzt erstmal hier den Part beenden. Wir sind jetzt bei, ja, guten 17,5 Minuten. Wer ist es denn? Ich habe doch was gehört. Da, schau wieder. Werden wir jetzt erstmal hier den Part beenden. Im nächsten Part werden wir die Wüste weiter durchforsten. Und später kriegt Kokodile ordentlich aufs Maul. Richtig übel auf die Fresse. In dem Sinne, Arvidarchi, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns gleich morgen im nächsten Part wieder, wenn wir die Wüste weiter unsicher machen, damit die Stadt Transentown wieder ein Stückchen schöner wird. Tschüss! Tschüss!